Ich habe Smart Objects erklärt, die Embedded sind anhand von Type. Ich kann auch Shapes wählen für Smart Objects zu machen. Ich wähle heute ein Rectangular Shape mit Aufgrund in Ecken. Ich mache mal hier als Grafik ein bisschen mit Klang. Und dann gucken wir, was ich hier machen kann. Das ist ein normaler Rectangular. Ich sehe hier um Ecken, dass es ein Vectorshape ist. Ich kann Doppelklickdruck machen für 12 Senderen. Und ich mache mal direkt ein Smart Object daraus. Ich meine, jetzt klick hier, ich sehe ein Convert to Smart Object. Du sagst, dass du den Ecken gerne töt an den Ecken von einem Embedded Smart Object. So, ich mache den mal ab. Und dann nehme ich hier den Smart Object Rectangle. Du weißt, ich kann nur heute verändern, hier hinten schon den Ecken von einem Vectorshape, weil ich am Smart Object daraus bin. Wenn ich ein Doppelklickdrucken streife auf Kring ändern, zum Beispiel. Ich save mein Smart Object, direkt an dem System einfach so machen. Und du zeigst mein Rectangular aus Kring gehen. Zur Erinnerung, ich kann eine Instanz auf dem Smart Object machen. Das ist eine Instanz, das nicht das Smart Object aussieht, denn das haben wir verstopft. Ich mache mal eine zweite Instanz. Ich werde eine Kopie vom Layer. Und du weißt, ich kann nur einen Filter daraus setzen. Ich bleibe bei Blur, beim Gorschen Blur. Und ich kann den Blurren. Ich kann dann immer zurück auf irgendeine von den zwei Instanzen gehen. Wenn ich einen Doppelklick an den Raum davor ändern. Und die zwei Instanzen in den Raum kennen. Der Filter ist geblieben. Und der weißt, den Filter ist ein Smart Filter, den ich immer noch kann beauflassen. Da du es gewusst hast, da tue ich mir den Type erklärt. Du weißt dann schon konformen ändern. Ich kann auch die Ausrichtung ändern. Ich mache ein Canvas ein bisschen mehr größer mit dem Crop Tool. Ich sauberen. Und ich sehe es die zwei Instanzen, die ich noch kann. Was den noch kann machen an ein Smart Object, das ist ein Smart Object an ein Smart Object leeren. Das wird ein bisschen mehr kompliziert. Ich denke an ein Smart Object dran. Hier haben wir dann mein normaler Smart Object, den ich gerade erstellt habe. Und ich mache mir das in diesem Smart Object drin, ein neues Smart Object, weil ich mir jetzt klick hier hin. Und es ist so ein Convert to Smart Object. Und schlue ich am Smart Object eine Instanz, die rum eine Durchstellung von diesem Smart Object ist. Das ist der Original. Du sagst hier, das ist der Rectangle 13 PSP, hier einmal der Rectangle 12 PSP. Das ist die Matrice, das ist der Original. Und das ist eine Durchstellung von diesem Original, die dann als Instanz hier an meinem Bild durchgestaltet wird. Was ändert das? Aber ich kann an dieser Instanz vom Smart Object, das auch aus einer Smart Instanz ist, Rümmeneffekt zum Beispiel droppeln. So, ich will einen Adjustment Player droppeln. Ich will den relativ abfällt, das ist der Hue Saturation. Ich meine eine Clipping Mask dreist, der das bekommt. Und ich ändere einen Pfeif auf Violet. Ich save und nehme sich das zu machen, den du heute nicht kennst und du sagst, mein Smart Object aus Violet gehen. Wie gesagt, das löst innerhalb vom Smart Object aus. Die erste Durchstellung vom Smart Object ist, dass ein Instanz innerhalb von einem Smart Object aus, aus Violet ist. Ich kann einen Doppelklick auf den Eugen machen und du siehst beim Original. Was bringt das? Wenn ich ein Smart Object an ein Smart Object lehne, da kann ich ein Filter, ein Effekt oder auch ein Adjustment, ob das ein Smart Object lehne, den immer angewandt geht. Wenn ich zum Beispiel will, dass ein Effekt immer selbisch bleibt bei einem Smart Object. Ich kann den einen Rümmen drehen. Du wirst gesehen, dass mein Instanz vom Smart Object an mir die Grafik auch gedreht ist. Was passiert, wenn ich den Haupt Smart Object drehe? Ich drehe die noch mal ab 45 Grad. Ich meine auch die Canvas ein bisschen mehr Größe. So, ich save und das tun. Und wie gesagt, dass es auch rotiert geht. Das ist ein bisschen komisch, verwirrend, zumal es von dem Rotation ist, dass ich das in einer Richtung rotiert gehe. Das weil ich an dieser Instanz vom Smart Object schon eine Rotation dran habe. Ich gehe hier kurz zurück. Ich meine hier nicht rechtgängig. So, ich save. Und wie gesagt, dass das Instanz dann auch ausgesagt wird, wie für drinnen. Ich save und das tun ja noch. Und ich finde alles rechtgängig gemacht. Das ist ein bisschen verwirrend, zumal es von dem Rotation geht. Aber ein Vorteil ist eben den, dass ich kann an dieser Instanz vom Smart Object, die auch hier just rum angewiesen geht, kann Effekte filtern an Adjustment layers dropplehen. Ich kann hier Filter dropplehen. Ich höre mal ein Noise Filter. Ich werde drauf noch gesagt, das passt ja nur. So, das ist ein Filter, das leidt auf meine erste Instanz vom Smart Object. Am Smart Object selber es nicht genannt. Ich save die erste Instanz. Und ich zeige, dass alle meine Durchstellungen vom Smart Object, die ich meine Instanzen an meiner Grafik auch gerne tun. Die Verlegung von einer Instanz innerhalb von einem Smart Object ist vielleicht ein bisschen ausstrengend, aber es kann zum Teil praktisch sein. Ich komme jetzt zurück bei Smart Objects. Ich lasche den Adjustment Layer und auch das Smart Filter. So. Ich release noch die doyen Instanz vom Smart Object. Das heißt, ich will dort die vor, dass das manchmal in einem Redsklick und ich so in dem Photoshop Convert to Layers. Dem Moment geht der weiß der Vector Shape ein Pixel-Element. Und ich zeige es, ich save das. Das würde ich jetzt noch eSmart Object tun. Ich zeige es, hier ist ein Icon vom zweiten Smart Object fort. Ich bin also an der Ausgangsposition und ich kann da nur mit diesem Smart Objects an meiner Grafik schaffen. Wie gesagt, am Sinn vom Non-Destructive schaffen ich mit Adjustment Layers. Ich schaffe mit Filter. Ich habe da gesagt, dass Filter immer ein Smart Filter gibt. Ich meine hier ein Neues drauf. So. Das heißt, dass wir das Smart Filter machen. Und ich komme mit Affekter schaffen. Bei Affekter muss ich noch passen, Affekter sind ein bisschen tricky. Mal schauen, ich will in dieser Instanz ein Gradient Overlay gehen. Für eine halbe Teile. Dann habe ich heute ein Affekt beiget, das ist ein Affekt Gradient Overlay. Ich kann, wie es du weißt, noch mit einem Affekt anderen für meine Instanz. Ich saven. Und wie gesagt, die zwei Instanzen sind in Affekter. Für die Rehobter Faktor zu kommen, ich finde, wie gesagt, nur ein Gradient Overlay. Ich glaube, ich gerne einen zweiten Affekt drauf. Und das wäre zum Beispiel ein Color Overlay. Und so in Photoshop, ich hätte gerne einen roten Affekt drauf. Okay. So. Du sagst jetzt, dass der Treffkant hat, mit meinem Gradient Overlay verfügt hier drin als vor. Ich gehe kurz zurück. Weil, da haben wir die Gradient Overlay. Ich würde jetzt ein Color Overlay machen. Und die Color Overlay bleibt hier am Stack über mein Gradient Overlay. Das heißt, die Color Overlay, das ist eine Einfärbung, überdeckt die Gradient Overlay. Das ist das, was den Nordeel von Affekter sind, und dem es wie treuvollig von den Affekter aufgelöst wird, kann ein Affekt in den anderen Affekt überlappen. Es gibt auch leider keine Möglichkeit für das Stack heute zu ändern. Vielleicht könnte denken, dass sie noch nie dahin kommen. Dafür überleht er gut, wenn man den Effekt schafft, welchen Effekt für dich soll kommen, auf welchen Effekt dann als zweite soll kommen. Smart Filters kannst du kopieren. Du musst das an demsten Klick auf den Nummern vom Smart Filter direkt auf der Tastatur und du dragst den Smart Filter einfach auf den anderen Layer der gesamten Kursen. Verändert sind zwei Gräser, ich drag ihn den heute herab und da kann ich auch hier den Noise mit, wie gesagt, mit Affekter überdecken. Ich meine, da fangen sie mal aus. Du weißt, ich kann natürlich ein Adjustment Layer herablen. Wie immer bei all normaler Grafik, wählen wir mal Roman Hue Saturation, ich meine Clipping Mask drehst und ich andere in 5 auf Violet. Das sind also die drei Manieren, ein Smart Object zu beaufflossen, wie auch eine normale Layer, das heißt ein Adjustment Layer, ein Faktor an, was jetzt bei Smart Objects geht, das ist der Smart Filter. Wobei du gesagt hast, das ist mehr, ich könnte nicht mehr machen. Ich habe ein Adjustment Layer mit einem Hue. Ich nehme die Effects, die Color Overlay, mache ich aus. Dann habe ich mein Gradient Effect. Ich habe eine halbe Smart Filters. Das wäre ehemal den Add Noise und ehemal das Gorschenblö. Ich würde dir proposieren, solange du kannst von den Effektor wegbleiben. Probeier mit Smart Filters zu schaffen, auch mit Adjustment Layer. Smart Filters kannst du am Stack ändern. Du kannst zum Beispiel den Noise inert die Gorschen blöd legen und du sagst, mein Noise ist geblöd. Ich kann das zurück machen. Ich will den ihr wischt und ich sehen den inert den Add Noise, während euer Faktor das nicht geht.